Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Rat und Verwaltung haben sich deshalb dazu entschlossen, Neuland zu betreten und haben einen Imagefilm in Auftrag gegeben, einen Imagefilm, der die Besonderheiten unserer Gemeinde Stemmwede einmal darstellt. Dieser Imagefilm wird jetzt an dieser Stelle quasi uraufgeführt. Sie sind Zeuge dieser Uraufführung. Ab Donnerstag nächster Woche wird dieser Film dann auf der gemeindlichen Homepage zu sehen sein. Er wird für Firmen, für Vereine, für Institutionen, aber auch für Privatpersonen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Und Schottis! Vielen Dank. Vielen Dank.